In der Klinik am Südring. Notaufnahme statt Apres-Ski. Nach einem heißen Flirt auf der Piste landen Carsten Steiner und Leonie Brandt bei Assistenzarzt Frederik Seehauser. Die zwei Verletzten haben sich heute erst kennengelernt und einer von beiden spielt nicht mit offenen Karten. Wir bringen den Herrn Steiner und zwar aus der Skihalle. Er ist mit seiner Bekannten hier unterwegs gewesen auf der Piste. Dann ist es irgendwie zum Zusammenstoß gekommen. Sie hat nur eine kleine Verletzung am Kopf. Aber hier. Oh. Ja. Okay, dann zieh ich mir mal lieber gleich Hand. Unterteil vom Skistock abgebrochen. Geht relativ nah an der Oberfläche einmal durch. Aber eine komplette Pfählung haben wir. Okay, und jetzt einmal mit dem Verband stabilisiert das Ganze? Okay, wunderbar. Handelt es sich um Pfad- oder Punktionsverletzungen, muss man immer den Radius des Fremdkörpers bestimmen bzw. abschätzen, wie groß ist. Dieser Fremdkörper. Bei einer kleinen Nadel zum Beispiel kann man die ohne Probleme rausziehen, denn da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass diese Nadel ein Gefäß gerade abknippt, welches ansonsten zu schweren Blutungen führen würde. Beim Skistock im Weichteilgewebe sieht es ein bisschen anders aus, gerade auch wenn Knochenstrukturen verletzt worden sein könnten. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ihn erst in die Radiologie zu schicken. Also wir waren in der Skihalle, ich habe ein paar Abfahrten gemacht und da haben wir uns kennengelernt, ein paar Abfahrten zusammengefahren und wir haben uns die ganze Zeit gut verstanden. Und auf einmal war ein bisschen komisch, da musste er mal Pause machen und hat erstmal was getrunken, eine Apfelschäule und was gegessen und dann ging es eigentlich auch wieder. Dann sind wir weitergefahren und auf einmal hat er sich an die Brust gefasst. Das sah echt so aus, als wenn er Schmerzen hätte. Stutzig gemacht bei der ganzen Anamnese bzw. Fremdanamnese und dem Unfallhergang waren zwei ganz wichtige Punkte. Zum einen, dass die Begleitung berichtete, ihm war vorher schon etwas schlecht und deswegen hat er eine Apfelschäule getrunken und was gegessen. Das ist eigentlich ein typisches Zeichen für eine Unterzuckerung bei Diabetiker. Zum anderen hatte mich aber gewundert die Aussage, dass kurz vor dem Unfall er wirklich verwirrt wirkte bzw. er sich an die Brust fasste. Und das würde ja wieder aufgrund eines kardiologischen Problems Sinn ergeben. Mir wird auch gerade ein bisschen komisch. Ihm wird auch komisch. Wollen Sie sich setzen oder? Wollen Sie sich erstmal setzen? Kommen wir in den Stuhl? Ja, wir können Sie jetzt erstmal auf den Stuhl. Oder wir legen Sie halt rüber im Behandlungsraum, wenn einer mitgeht. Ist Ihnen das ein bisschen zu viel mit der Blut und der Wunde? Anna, gehst du mit? Ich nehme mal eben mit. Sie sehen jetzt die Jacke aus. Herr Steiner, Ihre Bekanntschaft sagte gerade schon, Sie haben sich auch mal an die Brust gefasst. Irgendwann, ich weiß nicht mehr, mir ist einfach nur schwarz geworden und dann irgendwie... Ich bin gefeind. Gut, wir merken, die Schmerzmedikationen, die läuft auch ganz gut durch. Pass mal auf, Tobi, ich würde mir ganz gerne einmal gleich nur diese Pfahlwunde angucken und dann ansonsten hier gar nicht mehr viel machen und ihn sofort ins CT schicken. Cool, dann gleich Herr Scherer gucken wir das Ganze an, Herr Steiner, und dann geht es auch schon gleich direkt in die Radiologie, denke ich. Hier vibriert es. Ist das Ihr Handy? Kann das sein? Äh, das ist ja, ja, das ist in der Jacke. Ich glaube... Soll ich mal drangehen? Ja. Hallo? Ja, hier ist die Klinik am Südring. Ja, ach, Sie sind die Ehefrau. Ja, ich kann Ihnen jetzt am Telefon nicht viel sagen, ich kann nur sagen, dass Ihr Ehemann hier liegt. Ja, genau. Dann kommen Sie einfach vorbei. Gut, dann bis gleich. Ihre Ehefrau kommt gleich vorbei, ne? Am Telefon war die Ehefrau dran und ja, was mich nur gewundert hatte, war, dass ja auch seine Freundin da war und da war ich dann doch ein bisschen durcheinander. Singelfrau Leonie war auf Anhieb angetan, als sie den charmanten Karsten heute am Skilift kennengelernt hat. Die beiden hatten viel Spaß miteinander und haben sich super unterhalten. Doch, dass der Rheinländer verheiratet ist, hatte seiner Pistenbekanntschaft nicht erzählt. Oh, da haben Sie eine ganz schöne Beule, ne? Ja. Da müssen wir mit der Handschuh noch drüber ziehen. Und ansonsten, wie geht es denn erstmal Ihnen denn? Das ist doch auch mal wichtig. Mir wird gerade irgendwie schlecht. Schlecht ist ja nicht. Seit dem Sturz? Oder schon vorher schlecht gewesen? Seit dem Sturz. Seit dem Sturz. Kopfschmerzen? Auch. Auch. Also, Sie haben jetzt hier, haben Sie noch irgendwo andere Wunden außer hier oben? Das ist, würde ich sagen, zum einen ein dickes Hämatom, ist eine Beule und einen kleinen Cut. Ja, ich glaube, ich muss brechen. Brechen müssen Sie auch, dann richten Sie sich mal bitte ganz kurz auf. Frau Brandt klagte über Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und über Übelkeit. Diese können ein klassisches Resultat sein von dem Sturz. Das bejahte sie auch. Für mich war das alles Zeichen einer Gehirnerschütterung bzw. einem Schädel-Hirntrauma ersten Grades. Als Frau Brandt sich dann auch noch übergeben hatte während der Untersuchung, ja, dann war mein Verdacht auch bestätigt. Ich habe mich dazu entschlossen, dass sie auf jeden Fall für 24 Stunden bei uns stationär aufgenommen wird. Unterdessen hat das Klinikteam eine Stunde später den Skistock aus Carstens Wade entfernt. Trotzdem muss auch der 36-Jährige noch in der Klinik bleiben, auf derselben Station wie Leonie. Dass auch seine Frau schon auf dem Weg ist, weiß Carsten nicht. Ich habe noch die Stöcker mitgebracht, die lagen noch in der N.A. Soll ich die mal hinten hinlegen? Dafür war keine Verwendung. Ich glaube, ich auch nicht mehr. Herr Steiler, das fehlende Stück haben Sie wahrscheinlich schon gemerkt, das fehlt ja schon wieder. Das ist schon wieder draußen. Geht nur um Folgendes. Die Wunde müssen wir angucken. Aber generell... Hallo. Hallo, Carsten. Hallo. Na? Servus an meinem Namen. Hallo. Hallo, Schwester Johanna. Ach, Sie sind die Ehefrau, glaube ich. Ich bin die Ehefrau. Wir hatten telefoniert. Was machst du denn hier? Wie kommst du? Warum bist du hier? Ich dachte, du freust dich schon ein bisschen mehr, dass ich mich hier kümmere und dir irgendwie deine Sachen vorbeibringe. Ja, ey. Okay, cool. Das ist cool. Mehrfach anzurufen, weil ich noch Fragen hatte wegen der Versicherung und auf einmal geht hier ein Arzt ans Telefon und sagt mir, dass du im Krankenhaus bist. Ja, ich war in der Skihalle und... Was hast du denn gemacht? Ich habe mir so einen Skistock durch die Wade gejagt. Dankeschön, Anna, dass du mir die Sachen gemacht hast. Ja, der muss sich ja kümmern, ne? Ja, gut, das ist jetzt auch nicht, dass das jedes Mal passiert. Mach ich ja auch gerne. Das ist ja überhaupt... Hallo, ich stelle ich gerade. Frau Brandt? Ja, Herr Stadler ist zurück aus der Radiologie. Hallo. Leonie, ähm... Wer, nee, du stößt nicht. Komm, komm ruhig. Wer sind Sie? Ich bin Leonie Brandt. Wir waren zusammen Skifahren. Anna Steiner, ich bin die Ehefrau. Oh. Ähm... Echt jetzt? Nein, nein, ich kann das erklären. Pass auf. Leonie, nein. Das ist total schäbig von dir, ehrlich. Ach, jetzt komm, jetzt halt. Leonie, das... Mann! Was ist denn jetzt? Anna, super, echt super, super. Wie, Anna? Das ist schon immer so gewesen, Mann. Du hast immer so ein perfektes Gefühl für Timing, echt. Was hab ich denn gemacht? Ich hab einfach nur die Wahrheit gesagt. Was soll das denn? Ja, Mann, wir sind gleich auf dem Papier noch verheiratet. Ja, das war die Wahrheit. Wir sind auch noch lange schon nicht mehr zusammen. Ja, okay. Und ich hab die gerade... Und das war jetzt deine neue Freundin? Nein, das war meine neue Freundin. Wir haben es kennengelernt gerade erst, okay? Aber ich bin total so hart. Herr Stadler, beruhigen Sie sich ein bisschen. Ey, was ist denn eigentlich... Ah, hab ich eigentlich irgendwas am Kinn? Das ist in so einem blauen Fleck oder so. Hab ich mir da auch irgendwas aufgehauen. Das tut total weh. Was hat der denn? Ja, Mann, das ist total weh. Sie gehen einmal bitte zur Seite. Was hat der Mann? Warte mal, was ist denn hier los? Können Sie das mal kurz beschreiben? Es sticht hier total auf der linken Seite und es ist mit dem Arm und auf Stöten hier. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah! Das strahlt auch noch auf. Ja, mit dem Arm. Okay. Ah, was ist denn los mit Ihnen? Okay, wir sind auf dem Kabel von der Inhalte. Ja, super. Ganz ruhig weiter, Herr Steiner. Ganz ruhig. Dann war natürlich Alarm angesagt. Sofort mussten wir eine Notfall- und Akutversorgung starten. Hier war ein Monitoringpflicht. Ich habe ihn abgehört. Denn das sind alles Zeichen, die für einen klassischen Myokardinfarkt sprechen. Herr Steiner, Sie haben aber keine kardologischen Grunderkrankungen. Die hatten wir schon eingangs mal befolgt. Was soll Grunderkrankungen haben? Sie haben nichts am Herzen. Sie haben keine Medikamenten vertreten. Gar nichts. Gar nichts. Ah! Ah! Oh, shit. Das tut echt weh. Okay. Ah! Ganz ruhig weiterabend, Herr Steiner. So ein bisschen ihn beruhigen. Das war super nett. Also jetzt nochmal ganz tief. Ich muss den Kopf nicht so zurücklegen. Als das EKG stand, da haben wir uns alle etwas verwundert angeguckt. Es ist nicht selten, dass ein Myokardinfarkt auf der kleinen Ableitung nicht zu sehen ist oder beziehungsweise dieser stumm verläuft. Dass man aber gar keine Arrhythmen oder Störungen im EKG sieht, das ist schon eher ungewöhnlich. Ich konnte hier nichts erkennen, ist auch nicht ganz mein Fachgebiet. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den Patienten möglichst schnell ins Herzkatheterlabor zu schicken, dort von den kardiologischen Kollegen befunden zu lassen. Dann muss nämlich eine Angiografie laufen, ein Herzecho laufen und ein ausführliches 12-Kanal-EKG, um den Symptomen auf die Schliche zu kommen. Ehefrau Anna will ihren Mann begleiten. Doch als der ihr böse zuraunt, dass sie gehen soll, tritt die Kassiererin geknickt den Rückzug an. Einen Tag später sind alle Herzuntersuchungen abgeschlossen und der Grund für Carstens Anfall steht fest. Doch bevor der 36-Jährige die Diagnose erfährt, will er unbedingt seinen angebrochenen Flirt mit Skihase Leonie retten. Hör mir bitte drei Sekunden zu, ja? Ja, vielleicht fünf, wenn es sein muss. Ja, egal, einfach, ich bitte, das, pass auf, das ist alles nur ein riesiges Missverständnis, okay? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, ich finde dich super sympathisch, ich mag dich total, ich bin verheiratet, ja, aber nur auf dem Papier. Ja. Ich habe mit meiner Ehefrau schon seit einem Jahr nichts mehr zu tun. Also wir leben getrennt, wir sind getrennt, wir haben uns auch getrennt, weil wir beide uns trennen wollen und weil das besser für uns ist. Und dass die jetzt gekommen ist, war totaler Zufall, ich habe auch gar nicht damit gerechnet, wirklich. Mann, ich finde es total cool, dass wir uns kennengelernt haben, okay? Ja, fand ich eigentlich auch. Ja, das ist auch so, das ist auch okay, also, es ist wirklich, ich wollte dir das einfach nicht sagen, weil ich dann nicht mit der Tür ins Haus fallen wollte und dachte, ich überfordere dich, wenn ich dir jetzt sage, in was für Zusammenhäng ich da schon bin und so. Ja. Aber ich finde dich total nett und ich hätte Lust, dass wir irgendwie, keine Ahnung, dass wir mal vielleicht uns nicht beim Skirounfall kennenlernen, sondern irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder sonst was. Das wäre vielleicht mal ein guter Anfang. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's ganz gut. Bei mir tut ein bisschen weh und ja, ich weiß halt nicht, was das ist. Hi. Gerade drüben habe ich Herrn Steiner gesucht. Ja, ich habe einen Wechsel vorgenommen. Ich wollte nur ein bisschen das Missverständnis auflösen, was sich eben... Das ist auch gut. Ja, wir sind also ein bisschen aus Versehen zwischen die Fronten, glaube ich, geraten. Ach, das war einfach total dummes Missverständnis. Okay. Also Herr Steiner, folgendes. Die Kollegen der Katalogie haben sich auch noch ziemlich eingehend sehr durchgecheckt. Wir konnten nichts finden. Aber was ist das denn dann? Also irgendwas muss das ja sein. Ja, also wo wir einen organischen Grund haben und via Ausschlussdiagnostik sind wir uns jetzt alle ziemlich sicher, dass sie eigentlich so eine Vasospastik haben. Ja, was? Wenn ich Ihnen das erzählen kann, erklären kann, das heißt, dass sich die Gefäße um ihr Herz herum, also ein Herz braucht ja auch eine versorgende Herzmuskel und diese Privatgefäße, dass die sich krampfhaft, also eine Spastik entwickeln und krampfhaft zusammenziehen, dann kommt das zu einer Minderversorgung und dadurch entsteht dieses Drückegefühl im Brustkorb, die Angina pectoris, dann auch das Kribbeln, was den Arm ausgestrahlt hat, also macht eine Herzinfarkt-Symptomatik, ohne dass Sie einen Herzinfarkt hatten. Und wie kommt das? Also warum kann das? Das kann leider immer passieren, das kann erworben sein, das kann verschiedenste Gründe haben, die müssen wir jetzt analysieren, warum das so ist. Sie bekommen jetzt ein 24-Stunden-EKG erstmal von den Kollegen, aber das können wir gut behandeln. Herr Steiner wird nämlich jetzt eine Nitrat- und Karbonattherapie bekommen wie Infusion, das heißt, dass sich die Gefäße in so dauerhaft Weiten werden, aber das könnten wir nicht initiativ geben, weil wir gar nicht wussten, was sie hatten. Ja klar, aber dass es jetzt nichts Schlimmes ist, also ich kann jetzt nicht daran sterben oder... Nein, also so eine Vase-Spastik am Herzen, die ist super behandelbar, die kann man auch ganz gut einstellen, wenn sich das herausstellt am Ende. Das Problem ist nur eigentlich immer die Diagnostik. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht einen ähnlichen Anfall hatten, dass die Gefäße sich verengt haben, bevor sie einen Unfall gehabt haben. Ich meine, das würde auch den Zusammenprall mit der Frau Brandt erklären. Dass ich da eigentlich reingerauscht bin. Das Kennenlernen war holprig und schmerzhaft, doch dann lief alles wie geschmiert. Nach der Entlassung aus der Klinik haben sich Carsten und Leonie mehrfach wiedergesehen und sind inzwischen ein Paar. Und auch gesundheitlich ist alles im Lot. Dank seiner Medikamente hatte Carsten keine Herzanfälle mehr. Und auch seine neue Freundin hat sich von ihrer leichten Gehirnerschütterung optimal erholt.